Ja, Momon Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity und wir sind beim The Phoenix Project. Nein, ich mach ja schon. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen-Novizen. Die Doppelhelix-Modelle Aber warum passte die Dreifachhelix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosett für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufer-Genom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Edensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufer-Genom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Ich muss ehrlich gestehen, ich hab's gerade erst gerafft, dass der Vulkan, äh nicht der Vulkan, sondern der, äh die Kometen... Also, das ist der Stand der Dinge. Jetzt sieh's gleich weiter. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufer-Genom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arnaud Dorian? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arnaud irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arnaud beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Was ich sagen wollte, ich habe es gerade erst gecheckt, dass die Kometen, die die Dinosaurier aussterben lassen hat, die Sonneneruption war. Also in Assassin's Creed. Das hat lange gedauert. Da wären wir zurück. Je mehr Zeit du bei Arnaud verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Assessin-Fähigkeiten freigeschaltet. Äh, Fernkampfwaffen, Auffüllpunkt, Geldbeutel, Betäubungsbomben, Gemeinschaftssinn. Sorry, die Katze hat mich gerade an der Seite angetippt. Verkleiden, Schlossknackerlehrling, Gruppenheilung, Doppelattentat, Dickesfell, Umgebungsuntertauchen, Schmetterling, äh, Schmetterschlag. Schmetterlingsschlag. Ui, ich bin ein Schmetterling. Äh, Schleichen kennen wir ja, das kennen wir alles. Nur noch eins. Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnons Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist das mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arnaud mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich hab sie auf der Karte markiert. Ich vermute mal, der Start startet so eine Art Spielersuche. Da das Spiel ein bisschen älter ist, wird das wahrscheinlich nicht wirklich gut ausgehen. Booster und Koop-Fähigkeiten. Wie schalte ich das frei? Okay, aktive Booster. Nahkampfbooster erhöht für drei Minuten deutlich den angerichteten Schaden. Verringert für drei Minuten deutlich den erlittenen Schaden. Und damit sie bei Attacken und beim Parcourslauf für drei Minuten deutlich schwerer zu erkennen. Ja, ich hab keine Ahnung. Null im Besitz. Oh, ich hab keine Ahnung. Ja, gut. Ausstattung. Farben. Ah, ich kann meine Farbe ändern. Cool. Ich bin der gelbe Rächer. Oh mein Gott. So. Das hier erinnert mich. Diese Farbe erinnert mich an meine Halo-Zeit. Das ist die Farbe, die ich immer getragen habe. Deswegen würde ich höchstwahrscheinlich darauf zurückgreifen. Ah, ich muss die kaufen. Na gut, dann nehmen wir erstmal was anderes. Ja, das kommt dem auch ganz nah, ne? So, Kopf. Uh. Wir können uns selber einkleiden. Das haben die mal cool gemacht. Endlich mal was Neues. Was haben wir hier noch so schönes? Ja, eine ganz normale Kappe. Das sieht mir ja so Assassin-mäßig aus. Die favorisiere ich momentan. Ja, sieht ganz cool aus und so. Aber ich meine, ich bin Assassin. Ich brauche nicht so viel Rüstung. Das ist auch cool mit einem Mitmaske. Okay. Das behalten wir im Augenschein. Mit der Maske. Ecken. Ach, die muss ich kaufen. Ich wusste nicht, dass Hacker ihre Skills kaufen müssen. Aber gut. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, worauf das hinausführt. Wir müssen es mit DNA kaufen, nee, mit Frau kaufen und können es mit DNA hacken. Und DNA ist eine Online-Währung. Okay. Gehen wir erstmal nach oben. Vielleicht werden wir eines Tages genug Geld besitzen, um uns das eine oder andere zu kaufen. Das hier fand ich ja ganz cool, ne? Das kann ich mir schon nicht mehr leisten. Ja gut, ich werde mir da erstmal nichts kaufen. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Ich kann sich also hier Monturen selber kaufen oder hacken. Das Ding ist cool. Ja, obwohl ein bisschen schwul. Wo ist das? Hast du nicht gesehen? Ach, das hier hatte ich gesehen. Ah gut, okay. Ja, ich sehe schon. Hier in Assassin's Creed kann man also sehr viel Zeit investieren, indem man einfach farmt. Ja, das finde ich ganz cool. Endlich mal irgendwie ein Grund dazu, Geld zu haben. Also, in früheren Assassin's Creed Time war das immer so, dass es keinen Sinn hatte, Geld zu haben. Aber ich freue mich darauf, hier ein bisschen durch die Gegend zu laufen, solo-mäßig. Und mir Geld zu erfarmen. Unterarme, hier gibt es alles mögliche. Ich gucke jetzt nur noch ganz schnell durch. Ja, gibt ein paar nice Sachen, Teile. Oh. Oh. Es ist auch cool. Es ist auch cool. So. Und es gibt auch fertige Monturen, habe ich gesehen. Also, es kann gut sein, dass ich nach einigen Zeiten halt immer anders aussehe. Beleks Meister-Assassin-Montur. Montur des Meister-Assassin-Piri Belek. Aha. Chase-Templer-Montur. Okay, es gibt spezielle Truhen, die wir dafür finden müssen. Thomas de Canelos, was? Alle Fragmente, okay. Ultimative Arno. Alle Einzelspieler-Sequenzen abschließen. Franzi de Gardesten-Montur. Heißt du, ne Maske? Einkaufen? Ah, ich sehe schon. Also, wir haben hier auf jeden Fall, äh, Dead Kings. Das werden wir uns auf jeden Fall noch zum Schluss reinziehen. Das ist klar. Na, ich freue mich endlich mal wieder auf etwas Gutes. Das massive Heft dieses Schwerts zeigt das Symbol der französischen Monarchie. Es ist eine außergewöhnlich tödliche Waffe. Wenn man damit umgehen kann, gehen Sie ins Menü Charakteranpassung, um sie auszurüsten. Gekauft! Ich meine, Gratiszeug, das kaufe ich gerne. Wer kauft nicht gerne Gratis ein? Hoffentlich zeigen Sie jetzt nicht meine E-Mail-Adresse, sonst muss ich schneiden. Okay, ich glaube, hier ist alles clean. Ich meine, Gratiszeug, da sage ich nicht nein. Ich muss sagen, hier geht allgemein vieles in die falsche Richtung. Ich sehe viel, was man für Echtgeld ausgeben kann, wenn man keine Lust hat zu zocken. Oh. Echt jetzt? Ich kriege das billige Outfit. Decken Sie mit diesem umfangreichen Paket, bestehend aus drei Missionen, neun Waffen und fünf Ausdruckstücken, die Geheimnisse der französischen Revolution auf. Aha. Nächstes aufregende Waffenpaket enthält sechs nie dagewesene Waffen für ihren Meister. Ja, nö, das muss nicht sein. Und Dead Kings, das kaufe ich jetzt auch mal. Also, kaufen. Gratis nehme ich es gerne. Ich werde höchstwahrscheinlich das 96-Pack auch noch später dazukaufen. Einfach nur, um diese Mission zu machen für euch. Und ich denke mal, das reicht erst mal. Achso, ich dachte, ich hätte es jetzt bekommen. Ich glaube, ich muss das erst mal lösen auf jeden Fall. Na gut. Waffen einhändig. Muss ich diese OP-Waffe erst noch kaufen? Ich glaube schon. Gut, ich freue mich auf jeden Fall aufs Erkunden von diesem Spiel. Man muss sagen, sie haben vieles richtig gemacht, dass man halt eine Langzeitmotivation hat. Das finde ich nicht so schlecht. Ähm, dass sie Geld dafür verlangen, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber das muss man ja selber wissen, ob man so viel Geld ausgeben möchte für etwas, was einem eigentlich nur den Spaß raubt. ETF. Gewehre. Ja, cool. Gelutin. Einkaufen. Achso, ich muss es wahrscheinlich erst mal runterladen, ne? Haha. Ja, ja, mache ich nach dieser Folge. Nach dieser Folge lasse ich alles installieren. Gut, gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier genug Zeit verbracht. Oh, hier ist die Tour für mich. Das ist aber nett. Ich kann das Geld gut gebrauchen. So. Gut. Bomben werfen. Datenbank öffnen. Nö. Oh, die... Oh, Verbrecher! Komm her, du Sack! Ich mach dich kaputt. Superherrten Zivilisten erschossen, dieser Idiot. Warum kämpfst du jetzt gegen... Das ist mein Geld. Findet sie durch. Au. Das ist endlich nur mein Geld. Oh, ist dir da irgendwas flackern? Ich hab auch gewährt. Oh Gott. Ich will nur das Geld haben. Wolle? Wow, ich bin jetzt reich. Oh, Medizin hab ich auch bekommen. Kokaden. Ach, das sind die Dinger. Ah, die respawnen doch nach der Zeit, oder? Irgendwie so ähnlich war das. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns mal... ...weitermachen. Noch ein Verbrecher? Okay. Ich mein... ...bringt mir höchstwahrscheinlich nichts. Ich hab den Falschen getötet, ne? Super, wegen dieser dämlichen Leiche kam ich nicht vorwärts. Zivilisten haben jetzt auch Schwer da? Loll. Naja. Jetzt können sich Zivilisten auch schon wehren. Gut, ich kann auf jeden Fall auf diese... Oh, ich hab's Eifel rufen. Sie haben zwei von fünf Massenereignissen beendet. Beenden sie einen ganzen Satz. Das soll ein Massenereignis sein? Achso, so Multiplayer-mäßig, ne? Naja. Gut, wir wollen ja weiter zur Quest gehen. Wir müssen mit Zeit verschwenden. Ich weiß nicht, ob euch irgendwas bringt, noch hier die Zeitung mit einzusammeln, aber hey. Nur ich mein... Wir waren jetzt schon da, von daher. Was soll's? Oh nein, wir sind zurück, ne? Ah. Okay, die Wache ist uncool. Ich schaff das vielleicht auch so. Nein, nein, nein. Ich will die doch nur geklauen. Okay. Wo ist die komische Wache? Jetzt schillt die da auch noch. Oh! Jetzt kommt der Sack auch noch her. War wohl falscher. Ja, war falscher Alarm. Keine Sorge. Also das mit der Deckung ist, äh, ein bisschen ungünstig gemacht, muss ich sagen. Mann, kannst du dich einfach wieder zurück an deinen Platz gehen? Was? Oh, die Wache hat einen Namen, tut mir leid, das wusste ich nicht. Scheiße. Okay, wir sind hier echt ein bisschen schlauer. Nicht ein Er... Ja, gut. Was? Okay. Ich... Ich will nicht sagen, dass das seltsam war, aber das war seltsam. So, ich hab den Scheiß. Lass uns zur Mission gehen. So. Ich werde wohl noch eine Zeit lang brauchen, um mich an die ganze Steuerung zu gewöhnen. Ich weiß auch noch, ich hab auch, ehrlich gesagt, vergessen, wenn man schleicht. Wie ein Knopf war denn das? Ah. Vielleicht muss man die Pedderjahn. Die Abschlussfeier. Mhm. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position. Und stell keine Fragen, Pisspott. Stets zu Diensten. Okay. Okay. Je mehr Diamanten, desto höher ihr Level. Wenn sie neue Fähigkeiten und bessere Ausrüstung kaufen, erhöht sich ihr Level. Ah, okay. So. Ja, ja, ja. Komm. Scheiß auf den Tipp, ich will das lesen. M. Le Matri. Ich habe das Paket erhalten. Seid unbesorgt, ich habe unsere beiden Objekte in den Mauern der, hast du nicht gesehen, versteckt, in je einer eigenen Kiste verschlossen. Ich besitze den einzigen Schlüssel der beiden Truhen. Das ist jetzt eine Übersetzung anscheinend. Das ist jetzt eine Übersetzung anscheinend. Äh. Die Wachen töten und die Glocke sabotieren. Attentat aus der Deckung. Drei Stück. Okay. Das kriegen wir ja wohl hin, ne? Kann ich pfeifen? Ich bezweifle, dass ich pfeifen kann. Aber gut. Das überlassen wir meinem Zukunfts-Ich. Wir sehen uns morgens in einer neuen Folge wieder. Wenn ich es schaffe, diese drei Attentatsziele zu attackieren, zu attackieren, zu töten, zu aus der Deckung zu töten, meine Fresse. Und dann mal gucken. Also es wird schon schwieriger. Ich weiß nicht. Also Deckung heißt wahrscheinlich auch von der Mauerseite, aber ich kann noch nicht pfeifen. Ich habe es noch nicht gelernt. Keine Ahnung. Hau rein. Euer Zero. Tschüss.